Das Architekturbüro Eickelmann ist Ihr kompetenter Partner für private, öffentliche und gewerbliche Bauprojekte. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem kompetenten Team an zwei Standorten im Kreis Olpe sind wir Ihr Premium-Partner für Ihr Bauvorhaben. Bei Neubauten oder Sanierungen von privatem Wohnraum, öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen oder Schwimmbädern sind wir ebenso Ihr qualifizierter Ansprechpartner wie auch in den Bereichen Industrie und Gewerbebau. Darüber hinaus stellt unser Team Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz und einen Energieeffizienz-Experten. Alles aus einer Hand bedeutet, dass alle notwendigen Planungsleistungen rund ums Bauen von uns übernommen werden können. Individuelle und kreative Planung mit modernster CAD-Technik, computergestütztes Zeit- und Kostenmanagement, Bauleitung und das Aufstellen von Wärmeschutz und Energieausweisen nach ENEF. Architekturbüro Eickelmann